So, der Bußkanal mal wieder, mit einer etwas älteren Serie wieder, der Adventures von Panini, und zwar Sticker. Und ja, vier Stück, fangen wir gleich an. Viele haben den Film bestimmt gesehen, also wissen Sie, was hier drin ist? Ich zeige euch einfach mal die Karten. Captain America, ihr wisst es ja selber, Iron Man, wer da alles so drin ist, machen wir ein kurzes, schnelles Video draus. Vier Päckchen stehen zur Verfügung. Schönes Logo, habe ich doppelt. Nochmal Captain America, schönes Bild. Zack, kommen wir gleich zum dritten, und da knifzert es auch schon. Legen wir das mal da hin. Hier rum, so rum. Nochmal der Käfig, wo der da eingesperrt wurde. Captain America, schönes Bild, Holosticker, das ist auch ein gutes Bild, das ist gut geworden. Und nochmal einer. Ah, da wo der gekämpft hat, okay, mit den Soldaten. Schönes, schöne zwei Glitzerne von Captain America. Und kommen wir gleich zum letzten Sticker-Section von den Adventures. Nochmal Captain America, da hat der Glitzer das wohl, das ist die letzte Karte. Zack. Oh, ein Puzzleteil. Habe ich dann Sticker übersehen? Nein. Und einmal Tor. Nice. Und nochmal ein schönes Bild. Also, vier Booster. Was kam raus? Vier Booster, drei Holosticker. Sehr schön. Und noch einen Haufen normale Sticker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zu den Adventures. Kommt auch bald der zweite Teil ins Kino. Kann ich nur empfehlen. Erster Teil war super. Ja, mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sticker, nicht immer Karten. Muss man ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Booster Kanal.